Ich will die Natur lesen lernen. Meine Empfindungen in einer persönlichen und gleichzeitig traditionellen Ästhetik verwirklichen. Derjenige wird der Beste sein, der am tiefsten gesehen hat und der völlig realisiert wie die großen Venezianer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Keine sonderlich dynamische Stadt ist zur damaligen Zeit Aix-en-Provence. Viele zeitgenössische Beobachter beklagen die herrschende Tristesse. In einer bäuerlich gebliebenen Stadt, die zögert, sich dem wirtschaftlichen Fortschritt anzuschließen, ist Paul aufgewachsen. Zunächst wohnt die Familie Cézanne in den kommenden Jahren über dem Hutgeschäft am Cours Mirabeau. Auch wird hier Pauls zwei Jahre jüngere Schwester Marie unehelich geboren. Der Vater Louis August ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er übernimmt ein Bankhaus, das sich schnell und gut etabliert. In dieser Zeit heiratet Louis August Pauls Mutter. Als Nachzögling wird Pauls zweite Schwester Rose geboren. Paul verbringt die letzten sechs Jahre seiner Schulzeit bis 1858 im Collège Bourbon. Hier freundet er sich mit Émile Zola an, der fortan sein engster Freund ist. Im Sommer baden und angeln sie mit anderen Freunden an den Ufern der Arc. Anfang des letzten Schuljahres muss Émile Zola nach Paris ziehen. Paul verliert in Ex seinen besten Freund im Alltag. Mit Briefen pflegen sie ihre Freundschaft vorerst weiter. Ich würde dich gerne während der Ferien sehen. Und dann werden wir alle Pläne ausführen, die wir uns ausgedacht haben. Ich brenne auf den Augenblick, da ich, voll Mut und ungerührt, mich stürze in die Frische. Das Arc, zu fassen die Fische, die der Zufall herbeiführt. Leb wohl, Zola, leb wohl. Während Émile in Paris weiß, was er werden will, nämlich Schriftsteller und Journalist, ist sich Paul über seine Zukunft im Unklaren. Noch vor seinem Abitur meldet er sich zu einem Zeichenkurs im Exa-Museum an. Sich dem Vater beudend, schreibt er sich nach dem Abitur zum Jurastudium an der Exa-Universität ein. Weh nur, ich schlug des Rechts gewundene Pfade ein. Ich schlug, ist nicht das, man zwang mich, sie zu wählen. Des Rechts, des grausamen Rechts verknöchertes Gebein wird jetzt drei Jahre lang mein junges Leben quälen. Louis Auguste setzt alles daran, Paul davon abzuhalten, Maler zu werden. Jedoch ein Jahr vor seinem Jura-Examen exmatrikuliert sich Paul an der Universität. Du willst deinen Vater bitten, dich nach Paris gehen zu lassen, um Maler zu werden. Du vernachlässigst dein Rechtsstudium, gehst ins Museum, die Malerei ist die einzige Arbeit, die du gelten lässt. Soll ich es dir sagen, es fehlt dir an Charakter. Entweder oder, sei ein wahrer Rechtsanwalt oder ein veritabler Künstler. Aber bleibe nicht ein namenloser, in von Farbe beschmutzter Robe. Louis Auguste zwingt Paul in das Bankhaus einzutreten, in der Hoffnung, dass er es später übernehmen wird. Gleichzeitig gewährt er ihm den weiteren Besuch der Zeichenschule. Bestärkt durch Solars Briefe sträubt sich Paul aber immer mehr, den Bankberuf auszuüben. In dieser Zeit ist er wie ein Blatt im Wind. Mal ist er Kämpfer Natur, mal sucht er den Weg des geringsten Widerstandes. Louis Auguste ist finanziell so erfolgreich, dass er sich das provenzalische Herrenhaus Jard de Buffon erlauben kann, das vor den Stadtmauern von Aix liegt. Anfangs wird es als Sommersitz genutzt. Der bauliche Zustand des Hauses erlaubt es nur, im ersten Stock zu wohnen. Im Erdgeschoss darf Paul sich als Maler betätigen. Und Louis Auguste gestattet es seinem Sohn, direkt auf die verputzten Wände des großen Salons zu malen. Der Widerstand von Louis Auguste wird gebrochen. Im November 1862 zieht Paul nach Paris in die Nähe von Émile Sola und besucht die freie Kunstschule, das Atelier Suisse. Zwei Jahrzehnte lang lebt Paul Cézanne bohemhaft. Er findet jedoch immer wieder ins Jard de Buffon zurück. Er verkehrt mit den Impressionisten, vor allem mit Renoir und Monet. Pissarro wird in dieser Zeit sein väterlicher Lehrmeister. 1869 lernt Paul Cézanne in Paris Émile Hortense Fiquet kennen. Sie ist 19 Jahre alt, arbeitet als Buchbinderin und nebenbei als Malermodell. Drei Jahre später wird sein Sohn Paul Junior geboren. Cézanne verschweigt die Existenz von Hortense und seinem Sohn vor seinem Vater. Nur seine Mutter erfährt, dass sie frischgebackene Großmama ist. Paul bittet Émile Sola in finanziell zu unterstützen, was Émile auch tut. Zeitweise lebt Paul mit Hortense und seinem Sohn in Lestac bei Marseille oder in Gardanne südlich von Aix. Hier versteckt er sie immer noch vor seinem Vater. Nachmittags fährt er dann nach Aix zu seinen Eltern und kehrt am nächsten Morgen wieder nach Hause zurück. All die Bilder, die drinnen im Atelier gemacht sind, werden nie den im Freien gemalten Sachen gleichkommen. Wenn man Freilichtszenen darstellt, sind die Kontraste zwischen den Figuren und dem Gelände ganz erstaunlich und die Landschaft ist wundervoll. Ich sehe hier herrliche Dinge und werde mich entschließen müssen, nur noch im Freien zu malen. Das Jahr 1886 ist für Paul Cézanne von drei wichtigen Ereignissen geprägt. Er ist nun 47 Jahre alt. Das erste Ereignis, Ende März, schickt Émile Sola ein druckfrisches Exemplar von seinem neuen Roman L'Euvres. Es handelt von einem hoffnungsvollen Maler, der nur Misserfolge hat und sich das Leben nimmt. Paul meint in diesem Roman sich wiederzuerkennen. Er schreibt am 4. April 1886 zurück. Mein lieber Émile, ich erhielt soeben L'Euvres. Ich danke dem Autor für diesen gütigen Beweis seines Gedenkens und bitte ihn, mir zu gestatten, ihm in Erinnerung an die vergangenen Jahre die Hand zu drücken. Ganz der Deine, unter dem Impuls der verflossenen Zeiten. Paul Cézanne in Gardanne, Kreis Ex. Das zweite Ereignis des Jahres 1886 ist seine Hochzeit im April mit Hortense in Aix. Sein Sohn Paul Junior ist mittlerweile 14 Jahre alt. Mit dem Vater Louis August ist Frieden geschlossen. Das dritte Ereignis des Jahres 1886 ist der Tod von Louis August. Die Hinterlassenschaft beträgt 150.000 Fr., die Paul sich mit seinen Geschwistern teilen muss. Damit haben seine finanziellen Probleme ein Ende gefunden und er ist von einer großen Last befreit. Sind es die sich sanft unter dem Wind beugenden Pinien? Sind es die dürren Schluchten, die übereinander aufgetürmten Felsen oder die malerischen Landschaften der Provence, die mich dorthin ziehen? Ich weiß es nicht. Doch sagen meine Träume, dass ein schroffer Felsen einem neu getünchten Haus vorzuziehen ist und eine unverdorbene Landschaft der gequälten oder zurechtgemachten Natur. Ich weiß es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er lebt jetzt überwiegend bei seiner Mutter und seiner Schwester Marie im Jard de Buffon. Hortense und sein Sohn leben in Paris. Wenn das Wetter es zulässt, arbeitet er in der Natur, ansonsten in seinem Atelier. Paul Cezanne ist in der Kunstszene immer noch ein unbekannter Maler. Im November 1901 untertitelung des ZDF für funk, 2017 verzeichnet Cezanne den Kaufvertrag für ein knapp 50a großes Grundstück. Es liegt oberhalb der Stadt am Chemin de L'Orve, eine gute Viertelstunde Fußweg, von der Rue Boulgon entfernt. Im Herbst 1902 bezieht er sein neues Atelierhaus. Hier ist mein Atelier. Niemand außer mir darf es betreten. Da sie aber ein Freund sind, wollen wir zusammen hineingehen. Das Gemälde mit den badenden Frauen schien mir ziemlich freundlich. Ich fragte ihn, warum er sich keine Modelle für seine Akte nehme. Er antwortete mir, dass man in seinem Alter die Pflicht habe, darauf zu verzichten, eine Frau zum Zwecke des Malens sich nackt ausziehen zu lassen. Zwar wäre es ihm erlaubt, sich an eine 50 Jahre alte Person zu wenden, er sei aber sicher, dass er sie in Ex nicht finden würde. Auf dem höchsten Punkt des L'Orve, hinter seinem Atelier, entdeckt Paul Cezanne für sich den Blick auf die Landschaft um das Gebirge Montagne-Saint-Victoire. Bei offenem Wetter malt Paul fast jeden Tag hier. Hin und wieder besuchen ihn junge Künstler, die ihn verehren. Paul äußert sich dann, wenn er gut gelaunt ist, über seine Malerei. Als Maler werde ich vor der Natur hellsichtiger. Doch ist bei mir die Realisierung meiner Empfindungen immer sehr mühselig. Ich kann nicht die Intensität erreichen, die sich vor meinen Sinnen entwickelt. Ich besitze nicht jenen wundervollen Farbenreichtum, der die Natur belebt. Im Juli 1906 setzt ein ungewöhnlich heißer Sommer ein Kontakt hat Paul nur noch zu seiner Haushälterin Madame Bremont und seinem Gärtner Monsieur Vallier. Sein Sohn, jetzt 34 Jahre alt, ist sein wichtigster Korrespondenzpartner. Es ist zwei Uhr nachmittags. Die Hitze hat wieder begonnen, sie ist schauderhaft. Ich warte bis vier Uhr, dann kommt der Wagen und fährt mich zum Fluss. Dort ist es ein wenig kühl. Gestern fand ich es sehr angenehm dort und begann ein Aquarell. Mein lieber Paul, ich habe nichts anderes zu tun, als zu malen. Am Montag, dem 15. Oktober 1906, begibt Paul Cezanne sich morgens nach einer vorbeigezogenen Regenfront auf zum Motiv. Fremde finden ihn am Spätnachmittag, ohnmächtig und durchnässt, dort liegen. Sie transportieren ihn zurück in die Rue Boulgon. Noch kurz vor seinem Tod schreibt Paul einen Brief an seinen Farbenhändler. Monsieur, es sind nun schon acht Tage vergangen, seit ich Sie um zehn Tuben gebrannten Lack sieben gebeten habe. Und ich erhielt noch keine Antwort. Was geht denn da vor? Eine Antwort bitte, und zwar schleunigst. Hochachtungsvoll, Paul Cezanne. Hochachtungsvoll, Paul Cezanne. Hochachtungsvoll, Paul Cezanne.